Liebe Freunde, liebe Fans, wir haben heute eine etwas schlechte Nachricht erhalten. Unser Schlagzeuger hat uns heute mitgeteilt, dass er nicht mehr bei uns spielt, dass er aussteigen möchte. Das Ganze hat leider private Gründe. Er muss in seinem Leben ein bisschen was umkrempeln. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute und wir danken ihm für all die Zeit, für die letzten zehn Jahre, wo wir zusammengespielt haben und echt fett Spaß hatten. Ich habe mich jetzt zehn Jahre davor gedrückt, ein scheiß Video zu machen. Und jetzt einmal noch auf die Fresse. Ja, das ist so. Ich habe mich entschieden. Ich werde Reflecting Mind verlassen. Schauen, wie es weitergeht. Was Neues probieren. Mal gucken, wo es hingeht. Es war eine geile Zeit. Es war eine geile Zeit.